Hallo, mein Name ist Kavus Kafka und so manch einer kennt mich schon von den vielen, vielen erfolgreichen Videos auf YouTube. Und deswegen wurde ich auch in letzter Zeit des Öfteren auf der Straße angesprochen und man fragte mich, Kavus, kannst du uns einen Einblick in dein interessantes und aufregendes Privatleben geben? Und genau das ist es, was ich heute machen möchte, denn hier in meinem natürlichen Umfeld zwischen Palmen, Sonne und Licht fühle ich mich wohl. Und nun schaut mal selbst und lernt von mir. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder sind unsere Zukunft. Denn gerade hier bei Migrantenkindern im sozialen Brennpunkt ist mein Motto, einer für alle. Alle für einen. Ja. Da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug, als wie zuvor. Oh, hallo, ich habe euch gar nicht gesehen. Ich habe warte ein Stück aus der Exposition von Guthes Tragödie Faust vorgewiesen. Ein Teil, der nachdenkt, vor Lokem Hündel kommt. Bücher, 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 Bücher. Kommt die Leseratte bei dem ganzen Stress überhaupt noch zum Sport? Seht ihr selbst. Hier in die Halle komme ich immer, um zu trainieren. Für den richtigen Kick im Leben. Und nach dem Sport einfach was essen. Wir wollen ja bei Kräften bleiben. In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Kinder haben schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich mag, wie sie ihre kleinen, zarten Kinderkörperchen über dem Spielfeld bewegen. Ich mag ihre kurzen Hosen. Ich mag ihr unschuldiges Lachen. Ich mag, wie sie riechen. Ich mag einfach... Ich mag einfach alles. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Kogito. Erkoson. Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Wenn ich mal etwas Kummer habe und wieder etwas Halt in meinem Leben suche, dann komme ich hier raus in die wunderschöne Natur. Zu den Bäumen, zu der See und kletter einfach nur so herum. Jo, Greets gehen raus an mein Homie, an meinen persönlichen Lieblings-Schwarns, Lidl-D, an meinen Playboy und dem coolsten Behinderten in Bremen-City, Kurt, und an die Haters und an all die Timmys da draußen sage ich nur eins, I'm back in business, motherfucker! Kogol! chr schau Bis zum nächsten Mal.